Moin Leute, wir werden heute gerade biken. Ich nehme natürlich mit der Zuboku. Viel Spaß! Ein lässiger Trailer. Ist ja voll lässig zu fahren. Also schon die zweite Sektion. Wer will zwar abarmen. Das kennt man mittlerweile. Abwärts ging es dann einen Singleschwein entlang durch den Wald mit vielen kleinen Wurzeln und Steinen und teilweise echt steilen Abschnitten. Man muss da immer wieder mal absteigen, weil es relativ wurzelnig und steinig wird. Weil die sind zu nass, aber jetzt richtig klasse zu fahren. Das ist echt cool. Ja, ich komme jetzt. Das wäre mal richtig lässig da zu sehen. So richtig lässig. Hier vorne. Ups. Einmal war das nur die Stufe, die ich nicht gesehen habe. Und dann, naja, ihr seht das eh gleich selbst. Oh! Geht doch fast über den Lenker. Ja. 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 Da muss man jetzt sehr aufpassen. Das sieht man nämlich kaum auf dem Boden. Aber es geht eigentlich ganz gut. Ja. So, 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 so. Ein paar Spitzkehren. Da war so eine Wurzel und ihr habt gedacht, ich könnte drüberfahren, ist dann doch nicht ganz gegangen, weil die war zu hoch und dann wieder eben über den Linken gegangen. Und einmal bin ich noch mit dem Vorderrafen weggerutscht. Da wollt ihr jetzt schon gerade stehen bleiben? Ja. Das heute war für mich eine richtig coole Spitz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, lasst doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bist Du. Woh!